was bisher geschah in der letzten Folge haben wir vom Captain erfahren, dass auf der Pritwin Lebensmittel verschwinden und wir erkunden jetzt in dieser Folge, wo die hingehen und weiter geht's mit Fallout 4 so müssen wir jetzt ernsthaft alles hier durchsuchen mal gucken, das ist, achso das ist von den Mitarbeitern hier, ne? Oh Oh, das können wir knacken und jetzt haben wir Kate unten gelassen damit sie nicht immer aus dem Flugzeug fällt dann kann ihr das gar nicht gefallen oder wir erzählen ihr später davon, wie wir hier richtig meisterhaft eine Einsteigertruhe geknackt haben Okay vielleicht erzählen wir auch nicht davon, weil es peinlich ist So Oh Sollen wir das Was? Der läuft ja einfach rum und ich bin nicht irgendwelche Sachen an Oh, ein Experten-Schloss denn Dafür ist bestimmt der Schlüssel Warum hat er aber ihren Schlüssel dabei? Das ist ja fragwürdig Hallo? Müssen wir vielleicht diesen Zettel lesen gleich noch Um die Äh Informationen zu holen Am Ende klauen die einfach Lebensmittel um hier Zivilisten zu versorgen in der Nähe Was? Was denn das hier bitte? Ja Geschafft So Aufzeichnung Jawohl Die nehmen wir auch mit Ist ja nicht geklaut So Die müssen wir jetzt lesen mit R Da haben wir aber schon eine ganze Menge Zeug hier angesammelt So Willkommen Bitte wählen Sie einen Eintrag Oh Als Anwärterin Achso, das ist ihr Tagebuch Oh Wollte ich mit ihm reden? Wie wir es immer getan haben Aber er ging mir einfach Was? Aber er ging einfach ins Bett Er sagte, er würde sich nicht gut fühlen Oh Okay Da stande ich vor dem Ältesten Er sprach über mein Leben Im Bruderschiff Später erfuhr ich Dass ich zu seinem Dienst Auf die Brücke Nicht mehr gemeldet Was? Niemand wusste anscheinend Wo er war Er kam kurz Vor Mitternacht zurück Und ging ins Bett Ohne ein Wort zu sagen Oh oh Geht's die ganze Zeit um Wen? Wen denn? Steht da gar kein Name da Äh Nein Nein Sie sagen Ach doch, da Clark jedoch nicht Oh Ja was Clark und ich Werden zur Logistik Auf der Basis versetzt In der Ist er vielleicht ein Sünd? Okay Ich mache mir Sorgen um ihn Er hatte immer zu Clark aufgeschaut Aber in letzter Zeit scheint er Ich hatte was Ich hatte immer Ja Ein völlig anderer Mensch Oh oh Das ist sehr verdächtig Da ist es Äh Das Gerät außer Kontrolle Clark Ist in dieser Woche Dreimal zu spät Zu seiner Schicht gekommen Ich habe ihn jedes Mal gefunden Und dafür gesorgt Dass er nicht wieder vergisst Oh Ich kann nicht immer Wieder für ihn einspringen Ich glaube Sergeant Gavel bekommt langsam mit Dass etwas nicht stimmt Als ich gestern Abend zurückkam War meine Truhe durchwühlt Ich glaube Clark War an meinen Sachen Was ist mit ihm los? Warum redet er nicht mit mir? Oh oh Jetzt will ich aber noch wissen Was hier drin steht Äh Von Vescia Ich kriege ihn hier Clarks persönlicher Schlüssel Achso Äh Äh Auch nehmen mal Terminal Mal gucken Was da drin steht Äh Ne Ach komm So Dann Gucken wir das auch noch an Scheiße Ich weiß nicht wie das heißt Mit L glaube ich Ne Von Lucias Irgendwas Was sind wir zu weit schon Äh Ach mit U Nein Ach Mist Vielleicht Ritter Lucia Da ist es Ne Aber da waren wir schon Ach hier von Ja Gucken Hast du in meinem Spinn Clark Was ist los Nach all dem was wir Gemeinsam haben Erlebt haben Kann ich gar nicht glauben Dass du so etwas tun würdest Das ist wirklich zu viel Selbst von jemandem wie dir Wenn du meine Sachen Noch einmal durchwählst Melde ich dich beim Cap Oh oh Achso wir müssen sie So Was ist los Du bist für Clark eingesprungen Warum Was Wovon redest du überhaupt Ja 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 Komm Ich hab dein Tagebuch gelesen Lucia Ich will wissen Was hier los ist Was Ich Ich In Ordnung Clark und ich sind gemeinsam zur Bruderschaft gekommen Er ist seit Jahren mein bester Freund Aber seit der Schlacht entfernt er sich von mir Was für eine Schlacht Die Schlacht Die Schlacht um den Flughafen Das war unser erster richtiger Kampfeinsatz Das war ein Bild Die Pridwyn mit voller Vertibird Eskorte Geschütze feuerbereit Wir waren eines der ersten Teams Dutzende von wilden Ghulen Wir eröffneten das Feuer und erledigten sie Dann jagten wir die die entkommen wollten So hatte ich es mir erhofft Aber Clark Ist seitdem nicht mehr derselbe Als hätte er einfach aufgegeben Seitdem verschwindet er allein ein oder zweimal am Tag Ich hab mir nie etwas dabei gedacht aber Könntest du ihm vielleicht folgen Sehen was er macht Seine Schicht müsste in ein paar Minuten zu Ende sein Vielleicht ist es nichts Aber Ich mache mir Sorgen Sehr ein Zufall Dass seine Schicht zu Ende ist Irgendwie mag mir gelehrter Neraya Ihren kleinen Zoo ein wenig zu sehr Okay können wir dem Was müssen wir da machen Wir folgen ihm jetzt einfach ne Und jetzt trifft er sich mit seinen Institutsleuten Und dann haben wir ein Problem Oh sie hat gerade gesessen Was macht sie Klebeband Nehmen wir mit Geht ihr jetzt Milch trinken Nee Okay Wir verstecken uns Jetzt weiter Hallo Ja okay Ein Glück kriegen wir das Was es auch ist Es kann warten Ah Hat der Kater angezeigt Wo der gerade ist Läuft er weiter Muss mich vielleicht schleichen Hört man Ist nicht so gut Macht der da Oder pullert der jetzt ins Wasser Lass mich in Ruhe Okay können wir uns hier hinter der Säule verstecken Macht man das Geht das Aber wir haben jetzt einen Stealthboy Und wir sind gar nicht mehr da Ja Akzeptiert's Wirklich Was macht der jetzt Hey Was machst du hier draußen Ja die Frage ist Ja Ich gehe nur spazieren Anwärter Schleich dich nicht so an Hier ist es schon schlimm genug Ich gehe in ein paar Minuten zurück Du musst nicht warten Okay Wir bleiben mal hier so ein bisschen außer Sicht Äh Okay Er sieht Kate bestimmt Aber uns nicht Ist es so Und wir sind ja versteckt ne Der kann es ja gar nicht sehen Es teleportiert sich bestimmt gleich einer her Ach man Jetzt ist er hinter der Säule Das ist unsere Aufgabe Wir sollen ihm einfach nur folgen Ne Was macht denn der hier Aber er überschwert sich auch nicht mehr Dass wir Dass wir da sind Sollen wir von weiter weg das mal machen Von hier Scheiße Hä Was Was macht denn der jetzt Ist er Ist er aber nicht sehr unauffällig Was wir hier jetzt machen Oder ist er einfach durchgedreht Kann das sein Oh ne geheime Tür Hä 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 Was Was ist das denn jetzt Ruinen Oh Okay Oh Okay Natürlich Okay Wenn Äh Äh Ja 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 Alles fängt mit zwei heruntergekommenen Individuen an Die man wohl meine Eltern nennen könnte Ich bin überzeugt dass ich ein Versehen war Denn ich kann mich nicht erinnern dass sie mich jemals wie ihre Tochter behandelt haben Ich wurde angeschrien und geschlagen Alles was ich tat war falsch Ich war in ihren Augen nur eine Plage Ich hab mir die ganze Zeit über gesagt dass sie mich zumindest ein wenig geliebt haben Denn sie haben mich nie rausgeschmissen Von meinem 18. Geburtstag fand ich dann heraus Warum sie mich da behalten hatten Sie legten mir ein Elektrohalsband um Und verkauften mich an Sklavenhändler Sie verabschiedeten sich nicht mal von mir 18 Jahre hab ich diesen Scheiß ertragen Und dann war ich ihnen nur eine Tasche voll Kronkorken wert Okay das ist schon ziemlich heftig ne Äh das Leben ist hart Okay wir sagen mal das ist schrecklich Das ist ja schrecklich Ich weiß es ist nicht leicht für dich das zu hören Aber lass mich fertig erzählen Es wäre so leicht meine Eltern für meine reizende Persönlichkeit verantwortlich zu machen Aber das war ich selber Ich war fünf Jahre bei diesen Sklavenhändlern Die härtesten fünf Jahre meines verdammten Lebens Zu was sie mich gezwungen haben Wie sie mich für ihr Vergnügen missbraucht haben Mir wird ganz schlecht wenn ich daran denke Aber ich nutzte die Zeit und habe gelernt Ihre eigenen Methoden gegen sie anzuwenden Ein Pferd Kronkorken aus den Taschen eines schlafenden Mannes zu stehlen ist einfach Solange man nicht hafgierig wird Okay Kann es mir nicht Was sagt bitte nicht Was Ja das wollen wir wissen Ich weiß nicht wie du das überlebt hast Dann sind wir ja schon zwei Es hat mich all meine Geduld gekostet Aber nach fünf Jahren hatte ich endlich genügend gestohlen um mich frei zu kaufen Doch statt abzuhauen und mein Leben in Ordnung zu bringen Gab ich meiner Wut nach Und bin nach Hause gegangen Du kannst dir vorstellen wie erstaunt meine Eltern waren Als ich ihre Tür aufgetreten habe Du kannst dir aber nicht vorstellen wie sie ausgesehen haben als Als ich meine Knarre leer geschossen hatte Okay Wie konntest du Was du tun musstest naja Klingt für mich nach Gerechtigkeit War es Gerechtigkeit Oder war es Mord Wenn ich die Augen schließe Sehe ich nur ihre angstverzerrten Gesichter Und dann kommen mir viele Gedanken und ich verurteile mich selbst Und das zerreißt mich verdammt nochmal Denkst du dass ich mir den Scheiß spritze und mich sinnlos betrinke Weil ich ein hartes irisches Mädchen bin Ich tue es um zu vergessen Und mein beschissenes Leben weiterzuleben Jetzt bist du im Bilde Jetzt kennst du Kate Mit all ihren Fehlern und Schwächen Und kannst über sie urteilen Okay Okay Keine Drogen mehr Was sollen wir aber sagen Alles beim Alten Enttäuscht Enttäuscht von dir Stolz Was Äh Ja Kein Alkohol mehr Wunderbar Wir sind ja Freunde Sieh mich an Jetzt werde ich sogar rot Das besiegelt alles Wir sind dann wohl Freunde Hoffentlich bin ich dir eine gute Freundin Sonst sehe ich ziemlich alt aus was Ja okay So das mussten wir natürlich jetzt in unserer Geheimen Mission hier machen Aber war ja gut So Hier Ja aber Aber keine Drogen Und kein Alkohol mehr So Yes Was Oh Kommen wir jetzt hier gleich welche raus Aha Jetzt wissen wir zumindest wo er hin ist Aber nützt es was Wir öffnen Aha Mal da Irgendwo Oh Okay das machen wir mal Ist ja schon gefährlich Mit den Ghoul Direkt hier drunter Ja Achso Zack Zack Wie viele sind denn hier aber Unkauken Oh ja doch Aft Hats Moment mal Das sind doch schon die zusammengemischten Warum Gibt es denn die hier Ups Ritter Rylan Oh Oh was macht denn der hier Ja Oder war das sowieso der richtige Weg Weil wir hier lang müssen Einer Äh Ist ja aber noch irgendwas tolles Wir müssen denn ja auch einem Bescheid sagen Dass wir Ritter Rylan gefunden haben Ja Der ist einfach stehen geblieben Okay Irgendwie so richtig drauf haben Die ist nicht ne Die Ghoul Die haben ein paar Kronenkorken bei Das Oh Klebewand auch Das ist ja okay Äh Ne Scheint nicht Ja Äh Haben wir alle Ghoul erledigt Das ist das optionale Ziel Weg ist ja hoch Ja ist ja anscheinend doch ein bisschen größer hier als gedacht Dann gucken wir uns in der nächsten Folge den Rest hiervon an und finden dann hoffentlich Wo sich die Lebensmittel aufhalten Dann gibt es jetzt noch Playlist Bilder zum anklicken und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Fallout 4 Ja